60.000 dp zum nächsten level da dauert noch ein weichen noch 1200 dp für mein level aber bin ja auch ein bisschen ich könnte halt tatsächlich meilenstein machen ich muss noch neunmal busfahrer danken zwei seltene tun muss noch finden tun munitionkisten sowieso schwachstellen muss schon ein paar treffen dann würde ich wenn ich jetzt noch zehn meilenstein mache dann würde ich 20k kriegen zehn gegner eliminieren erhalte schild noch 500 36 irgendwas gott ich nicht mehr lesen ich glaube ich bin mal so verrückt ich komme dazu wir realitäten baum der storte na ja 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 wir heißen die anderen dinger denn dieser abend ich bin dann nur die bäume und bin weg ok bring mir eine goldene dmr mit versuche ich und ich lande auf dem teddybeer kopf und bin gleich tot das wird eine lustige runde ich lande nicht dort da wäre ja bei mir ein eier am wandern nee 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 wow konnte nur einmal abernten saufpacks draufwerfen habe ich nicht und der baum ist verschwunden saufpacks aber wenn der baum weg ist dünn den kannte ich noch gar nicht nummer neun interessant mal platz npc du bist zu fett was ist das denn für nen bug ich habe ein saufpack geworfen in den wohnwagen der hat mich ausgelöst steht da jetzt einfach rum und ich kann den nicht mal aussammeln das problem hat mein sohn auch der ist der saufpack aber in die erde gebackt ich bin schön mittig in der zone kann mich nicht beschweren da ist doch eine piste an dir ein goldenes hammer mitbringen oder eine goldene zweischusspump die du auch sicherlich nicht willst ne dann nehme ich lieber biggies mit ach ich hab hier noch mal drei warte mal ich hab ne goldene api hab ich auch ich hab nur gröne waffen bisher ja ist ja klar du hast dann so einen baum ja aber hier ist noch eine kasse aber eigentlich müsste ich halt diese tägliche jetzt erledigt haben ja ich hab eine bekommen achso ich hab glaube ich keine bekommen fies ich hab 15k gekriegt ich hab ich wenige ich hab dich halt in der ecke irgendwie nur komische waffen fast nur mps ich hätte hier dann einmal heilspray wenn du das mitnehmen könntest ich habe nämlich eine hapune zum angeln ja ich auch mit viel schuss habe ich noch ich habe noch neun unter der brücke wo du gerade hinläufst ist noch eine kiste saufpacks ich habe aber einen sprengler dabei ich habe einen sprengler dabei ich müsste die hapune jetzt wegwerfen da ist noch ein sprengler kannst du die stecken da ist mein wolf arschloch der wagon hinterher er weiß dass wir sterben und hat keine lust mit uns darauf zu gehen meine kiste da ist irgendwas ja was ist das so eine scheiß facke ernsthaft dann wird das safe geballert wir gehen hier hoch denn hier gibt es kisten die habe ich noch nicht eingesammelt da lasse ich tatsächlich ach komm ich lasse die auk hier scheiß drauf ich kämpfe mit mp da ist noch so ein realitätensatz link wasser ding Ich muss grad meinen Loot einsammeln. Dass hier kein NPC rumhubt, das ist seltsam. Hier ist ne blaue Heavy, ein Heilspray nochmal. Ja. Hier ist noch ne blaue Heavy. Blaue DMR. Hier ist ne blaue Pump. Oh, ja, ich komm sie mir rein holen. Ich korrigier dich, hier ist ne goldene Pump. Ja, ich komm, warte. So. Ah, ist ne Zweischuss, die Gold, oder? Äh, ja. Naja, die nehm ich nicht, ich nehm die blaue. Naja, was heißt Zweischuss? Die ist nicht... Die schießt zwei Schüssel gleich hintereinander, die Pump. Schau sie dir einfach, ich werd beschossen. Ist ne Zweischusspapp tatsächlich drin. Ey, pass auf, ich wurde beschossen. Hier, kommt einer. Hat nen Hit. Hat noch nen Hit. Hat noch nen Hit, Schild weg. Das sind Zweier, pass auf. Ich hab gar kein Schild mehr. Du? Ja, auf dem Dach beim Haus. 48er Schild. Jetzt genockt aus dem Dach. Und mein Pilz war der andere. Pass auf. Wird weg. Nice. Goldene MP. Goldene MP. Ah, stimmt. Siehste. Okay, den hätte man auch nehmen können. Soll ich gleich den Biggie wieder mitnehmen. Schau mal, was der oben auf dem Dach hatte. Da, ich glaub das... Der ist hier runtergerutscht, das hab ich schon geholt. Der hatte das da, das da und das da und das da. Ich geh noch mal zu den Setzlingen da drinnen, da war noch. Jetzt hätten nämlich noch eh Beschütze im Öffnen. Ich hätte gerne... Ja, die ist wieder. Ja, die wär vielleicht auch noch schön. Also blau wäre nice. Ich hab bloß ne... Oh, jetzt der blau mit dem, ja. Ich hab bloß ne grüne. Oh, lila. Da ist noch mal lila. Lass mich mal flippen. Ja. Ich nehm die Goldene da hinten. Hier sind überall noch welche. Alter, lila Pump, lila Dings. Äh, DMR. 5K bekommen. So ne Snackle wäre jetzt noch ganz cool. Äh, Goldene DMR. Nice, ich komm. Noch ne Goldene DMR. Hast du ja auch. Ja, ja, ich hab alles Gold jetzt. Ich hab sogar nur ne andere Pump mit 8 Schuss hintereinander weg zu bleiben. Problem ist nur... Wir sind genau mittig in der Zone. Na ja. Ich muss mich hier kurz mal hinstellen und Nase putzen. Ich muss mich hier kurz mal hinstellen und Nase putzen. Äh, noch bessere Waffen können wir schlecht haben. Ne, aber da oben ein bisschen safe stehen. Du willst mich anknabbern? Nö. 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 Kisten stirbt, geh mal weg. Achtung, hier hat sich jemand totgeslidet. Hier, es bounced jemand lang. Hier unten. Ich seh nichts. Irgendwo dahinten weg. Das ist in der Kugel. Ja, wir müssen drauf passen, hier ist irgendwo ein Wiederbelebungsbus gemacht worden. Ah, da drüben. Ah, ich seh keinen. Ah, ich seh keinen. Da hinten, da hinten wird irgendwo geschossen. Was ist da ne epische? Scheiße, kann ich nicht markieren. Da unten. Hat nen Hit, hat noch nen Hit. Ja, von mir auch, 55er Schild. Der andere hat nen Hit. Hier hinter uns wird gefeitert. Ja, passt aber auf, die dort am Haus, die schießen uns auch noch ab. 55er Schild, nochmal 55er Schild. Die müssen da gleich weg. Mit uns. Das wird abgeschossen. Ja, die bounced ist nicht weg. Hier unten ist die Kugel. Ja, scheiß mal auf die Kugel, jetzt 400 Live. Der hat sich weggeounced. Hier ist auch noch ne Kugel in der Bahn drin. Da unten liegt ne Kugel. Schon abgeschossen? Hab kein Schild mehr. Jetzt kannst du mir nicht erzählen, wie gut die treffen. Und das mit das scheiß Auge. Wollen wir runterrutschen? Wir müssen zu denen halt hin. Ja, wir müssten eigentlich da hinlaufen. Ich würde hier lang rutschen. An der Seite. Ich seh die halt einfach mal gar nicht hier. Ach, da hinten. Bei den Bäumen. Ne, die haben sie aufgeteilt. Einer ist da unten in dieser Klärgrube. Okay. Ah, Hit. Der versteckt sich da halt immer, wenn er nen Hit hat. Oder wenn ich generell auf ihn schieße. Alter, aim wie ein faules Ei hab ich hier. An Hit. Ja. Baum ist weggeschossen. Nächste. Ich schritte gar nicht! Ja, Tito. Hat nen Hit. Baum ist weg. Mächse. Zone alt. ja die letzten fünf und die können sich hier überall verstecken jetzt da unten hat ein 55er schild ist auf jeden fall auch noch ein einzelspieler am start hier die letzten zwei das sind die die uns holen werden weil die vorhin auf uns die gar die ränder der andere kommt 55, 2 auf 55 in Lauf Gehen soll's Nice Schön, schön Ui, das hat sich mal gelohnt Drei Aufgaben nebenbei erledigt Nice and Nice